Da kann ich ja wieder mal so ein Bestellungsvideo machen, was so ankam. Naja, müsste jetzt alles da sein. Ich wollte nur eins. Jetzt sind das ja mehrere. Naja gut, das bleibt die Überraschung. Das habe ich euch dann, was das ist. Das sind ja dann doch mehrere. Ich dachte, es gibt nur eins. Okay, in Kopfhörer mit Klemmen, weil die nämlich bei mir, die fallen mir nämlich aus dem Ohr. Ich kann damit nicht durch die Stadt gehen, wenn die ohne Klemmen sind. Und ich laufe vor allem aus den Ohren. Meine Ohren sind anscheinend immer beweglich oder so. Das ist mit Klemmen. Also kann man sich hinter das Ohr klemmen. Also in-Ears mit Klemmen. Ein Rasierer, mit dem man auch den Bart rasieren kann. Ach, sind da zwei hier drin. Also jetzt ist einer für die Haare und den Bart. Man kann damit beides machen. In der Klinik, also mit der Verdauung, wie der Wasser hatte, habe ich mir dann Nuss Nougat-Creme besorgt. Ohne viel Zucker. Also minus 90% Zucker. Also ist es nicht so süß wie das übliche. Zwei Adapter. Weil ich ja das Problem habe, dass ich das immer nur zu Hause machen kann. Deswegen habe ich noch zwei besorgt. Ich habe nämlich nur einen. Der weiße geht nicht mehr. Die Kabel sind wahrscheinlich gar nicht kaputt. Sondern das war hier kaputt. Also dann kann ich unterwegs das auch noch mal öfters nutzen und auch mal die Kopfhörer aufladen und so. Das ist ein, so ein Ding, was man an, wo man, ich kann jetzt das Handy dann an mein Bett reinmachen. Also, ne? Das kann ich dann da reinhängen. Da. Also das ist wohl. Ach ja, hier kann ich das Handy dann reinmachen. Oh, wieso? Irgendwie so. Das kommt dann ans Bett. Dann kann ich da das Handy reinmachen. Nicht zu vergessen, was war es denn hier? Ja, wegen Verdauung und so. Und da habe ich recherchiert. Und gefraustig von Sauerkraut ist gut für den Darm. Deswegen Sauerkraut. Da habe ich mir Sauerkraut besorgt bei Amazon. Man sollte Gläser nehmen. Denn es gibt ja auch Pappbecher. Aber da sind oft die Deckel zerbrochen. Bei diesen Pappbechern. Und ich hatte ein bisschen Angst, weil ich war jetzt in der Klinik. Aber die sind noch eiskalt. Also die sind noch kalt. Die könnte noch essbar sein. Also könnte noch gehen. Mini-Kochbuch dazu gekriegt. Da habe ich eine Schindelzapte irgendwie drin. Alles Gute. Worum geht es hier eigentlich? Eine Karte halt. Ha, seht ihr? Und da kommt dann das Ding hier noch rein. Äh, Moment. Nachdem ich aufgrund mit einem nicht so guten technischen Verständnis erst mal gefailt habe, habe ich es dann nie gekriegt. Weil ich habe die ganze Zeit versucht, äh, egal, ich habe es nie gekriegt. Da kommt jetzt mein Handy rein. Sehr schön. Oh, es steckt drinne. Natürlich habe ich hier den Scheiß. Oh. Aber ist nicht so schlimm. Ich kann erst mal das. Ach ja, ich habe das Regal auch ein bisschen simpel zusammengebracht. Naja. Kühlpacks. Habe ich auch noch besorgt. Die kann ich dir mal auf den Bauch legen, wenn ich wieder mal Probleme mit dem Magen habe. Und kühle die Scheiße nämlich. Weil ich nämlich mal erfahren habe, man soll gar keine Wärmflasche nehmen. Weil da Viren, Bakterien mögen es ja warm. Und deswegen lieber Kühlpacks. Und, äh, Sauerkraut. Die Alien-Anthology. Teil 1. Der zweite Film. Alien 3. 4. Bonus-Mantreer. Bonus-Mantreer. Ist das nicht nett? In meiner Bestellung haben wir zum Beispiel noch... dieser Film, Dough Rear, so ein komischer, durchgeknallter Film mit Masturbation und so einem jugendlichen explodierter Kopf. Da kommt es ein Alien hervor. Naja. Irgendwie war das in der Bestellung, aber dann irgendwie nicht mehr. Vor allem, weil ich von diesem Film das Datum ja in meinen Kalender beim Handy eingeschrieben habe. Und jetzt plötzlich, äh... ist er nicht mehr da. Also in der Bestellung nicht mehr. Aber vielleicht lag es daran, dass es von dem bestimmten Anbieter das nicht mehr gab. Keine Ahnung. Muss ich nochmal bestellen. Nein. Untertitelung. BR 2018